hallo ihr lieben hallo ihr lieben gerade ist wieder was super unheimliches passiert wir haben angefangen zu vloggen wir spielen euch jetzt das material mal ein und dann schauen wir mal was wir machen müssen ja wie kommst du bitte wir wollen gehen na klar hol dir einen schluck milch guck einfach mal was das ist vielleicht was auch nichts ist eine einkaufsliste die da irgendwie reingekommen ist sicher schon wieder ein game master brief wie kommt er nur immer hier rein hier na dann ließ mal was da steht da steht ja wieder eva also ist der brief für dich der hat sie doch nicht mehr alle du freust dich aber irgendwo hat das nen haken der spinnt der spinnt total wenn der bilder als wenn ich richtig mitgemacht haben und er hat uns eingesperrt die also wir machen mit und bei uns geht es jetzt direkt weiter wir haben es geschafft wir sitzen im auto ihn fährt und dann schauen wir mal dass die war heute so alles anfasst wir sind da wo möchtest du zuerst hin dann einmal rein mit dir und denk dran was du anfasst müssen wir kaufen du kannst doch nicht gleich was anfassen jetzt musst du es auch nehmen demnächst musst du vielleicht mich erst mal fragen was was kostet oder so du bist mit dem finger da dran gekommen sicher soll ich mal für dich squischen nee die sind hart secret surprise sind das was hast du da wo war das denn da was steht da da steht aber ich sehe dich der game master ich glaube der verfolgt dich auch hierher schwer sich was auszusuchen wenn man nichts anfassen darf oder oder sind lauter pusheen sachen ok schnäcke du hast hier einfach alles an du guckst du ja noch nicht mehr richtig vorher an bevor du dran patschst ok du weißt schon was das ist na dann oh ey wie hat sich gewünscht dass die stühle noch mal gezeigt werden dankeschön der da ok jetzt hast du angefasst aber jetzt mussten auch nehmen schatz musst du dir vorher überlegen was du ankrabbelst ja jetzt musst du aufpassen wenn du das drehst dass du nicht an die ohrringe kommst ich kann es drehen diese die sind ja cool oh god eva wird langsam richtig teuer ok na dann also ich glaube im ersten geschäft war eva schon sehr erfolgreich oh das ist das was du schon immer wolltest oder und das alles wegen dem gamemaster aber guck mal wir haben noch was gefunden das war in klares als ob der wüsste dass wir da hingehen ja das ganze hat jetzt übrigens alles zusammen 40 euro gekostet weil die eine sechs zum preis von drei aktionen hatten das hat uns etwas den geldbeutel geschont da hatte ich glück wenn du gerade hier bist ich glaube der will mich noch mal bestrafen als ich mich nicht an seine anweisungen gehalten habe und mich belohnen lassen und mich belohnen lassen und mich belohnen lassen ich gesagt habe du reiht mich an die Herzen an stimmt wahrscheinlich jetzt gehen wir zum H&M und dann zum gangstop ok der H&M ist direkt dort Kinderabteilung ist oben dann fahren wir jetzt einmal hoch dieses glückliche Gesicht du weißt gar nicht wo du zuerst gucken sollst Ava ehrlich jetzt musst du es nehmen jetzt hast du es angefasst wisst ihr was das Schlimmste ist ich hatte das Kleid schon mal bestellt und mir hat es nicht gefallen und ich habe es kann mich wieder verschwinden lassen und jetzt hast du das hier entdeckt wirklich? ja wirklich ganz nein ohne Quatsch das hatten wir schon zuhause in einem H&M Paket ich habe es mir angeguckt und dachte nein das gefällt mir überhaupt nicht tja wo kommt die Ava doch noch zu dem Kleid gleich du bringst deinen Pulli auch das ist ja auch süß guck mal ich darf es nicht anfassen du darfst es nicht anfassen es sei denn du möchtest es keine Ahnung oh man ok was machen wir wenn es das nicht in deiner Größe gibt keine Ahnung den Pulli nehmen wir mal mit in die Kabine und probieren ihn erst an bevor wir ihn kaufen ehrlich ok echt mehr Jungs toll der Abstand zum Ständer ist gut nicht näher dran gehen bitte bleibst du weit weg ja schön weit weg halte Abstand Freundschaftsdinger ok so in jeder Hand bitte etwas nehmen sodass du nichts mehr anpassen kannst du hast immer noch eine freie Hand was soll das denn da ist da du weißt doch gar nicht wie das ganz aussieht oder da kann ich es sehen ach da kannst du es sehen ok meinst du wir können jetzt zur Kasse gehen nein oh Gott don't no 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 don't do it oh Gott ich schwitz hier Blut und Wasser das ändert die Perspektive wenn man verschieden drauf guckt glaube ich oh Gott die Hand ist fast dran oh Ava ehrlich das wird teuer ey wie das wird teuer Glück war das mit Glück echt was mit Glück dann lass uns jetzt zur Kasse gehen GameStop Zeit dann lauf rüber der ist direkt gegenüber glaube ich ja der ist tatsächlich direkt gegenüber hier ist jetzt alles besonders teuer jetzt musst du hier besonders aufpassen was du anfasst ja musst du jetzt den Papa kaufen hast du den angefasst äh ja den haben wir schon ja den haben wir schon ok wie heißt du schön nur mit den Augen gucken mein Schatz das habe ich immer zu dir gesagt als du klein warst wenn ich Angst hatte dass du was kaputt machst immer nur mit den Augen gucken Papa ist das immer nur mit den Händen nein 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 immer nur mit den Augen gucken ok die Switch hast du ja ja das ist richtig teuer Ava ok Ava die kosten 17 Euro 1 Euro du willst sie doch jetzt nicht einfach angriffeln was kann ich denn hier angriffeln ja ich weiß nicht eigentlich ich will nur sicherstellen dass du vorher weißt was es kostet wie viel kostet die Dinger warte ich gucke 15 Euro hm hm bist du sicher kauf nicht einfach nur um das kaufen was kaufen das wäre traurig richtig schwer aber so viel Geld und nur ein Küstier besser dann nicht ja ok hier ist doch noch ein Toilers willst du da auch noch hin und gleich zum Lego und ich bitte deine Hande angucken für nur einmal ich bin einfach gar nicht zufrieden nein 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 ja Ian will das Harry Potter Lego hm ich kriege schon langsam Schweißausbrüche was gewollt ihr das? dass ich sehr nervös bin was du als nächstes tust du du verrückte Sinkel den führt die Ava irgendwo hin oh was sind das denn oh ne Ian sag mal bist du noch ganz bei Verstand äh heißt das jetzt dass du den angefasst hast nein der ist da in der Box drin auch was ein Glück gerade ist mir das Herz in die Hose gerutscht was hast du gefunden schon wieder ein Game Master Brief ich folge dir ach du Gott der ist wirklich überall ey wie ja dann müssen wir uns wirklich an die Regeln halten und zwar ganz 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 stark wenn der dir überall hin folgt du bist überhaupt nie davon beeindruckt wenn du so einen Brief kriegst warum eigentlich mir zittern die Knie und du bist einfach und guckst einfach weiter Polly Pocket 35 Euro ja eigentlich schon oh ey wie ehrlich oh oh danke ich glaube der Game Master merkt wenn ich etwas kaufen will was tut sie euch du musst das wissen nicht ich ok finde deinen Papa er muss es dir tragen was sagst du keine Sorge ich bin schon fertig ja dann schnell zur Kasse schnell auf die ich bin ausgeschockt und jetzt essen wir ein bisschen und dann dieses Kino und wir essen Wushi wir sind jetzt fertig shoppen und ich war im Kino mit meiner Cousine und jetzt mache ich endlich mein tolle Pocket auf und ich hoffe der Game Master das hoffe ich auch ich hoffe der denkt dass wir diese Challenge richtig gelöst haben hier sind die ganzen Sachen von Klairs übrigens drinnen die Ava hatte ja schon zwei aufgemacht das haben wir euch gezeigt hier sind die H&M Sachen die sie sich ausgesucht hat hier ist der Brief den wir bekommen hatten und hier ist die Ava und wie ist dein Set ist das schön das ist das denn was ist das denn noch einer Quatsch oder ist das vielleicht der Alte lies doch erstmal das ist vielleicht der Alte weil vorhin war da nichts Ava so nicht deine Mutter hat ständig dazwischen gefunkt du hättest einfach kaufen sollen ohne Ablenkung ich habe dich die ganze Zeit beobachtet als Strafe wird die nächste Challenge noch schwerer ausfallen und dann steht da noch halt die Augen offen die nächste Challenge kommt morgen ich beobachte dich immer sind die schon offen? ja da steht noch ich beobachte dich immer und zu jeder Zeit der Game Master wo bist du? willst du da? oh mein Gott ich hab richtig Angst und ich hab dir gesagt du sollst nichts versagen tut mir leid ey wie hab ich es schon wieder versaut mhm nächstes Mal folge es einfach ok? ja da hab ich wohl doch zu viel reingefunden gesagt du sollst nichts kaufen aber was das heißt ja natürlich das ist das Fake wir hoffen ihr hattet trotzdem Spaß mit unserem Video vergesst auf gar keinen Fall zu abonnieren damit ihr das nächste nicht verpasst ich bin mal gespannt dass jetzt nichts mit dem Game Master passiert ich auch lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da da würden wir uns sehr freuen und wir sehen euch dann beim nächsten Mal bis dahin ihr Lieben tschüss tschüss